Hier ist Styros, das Topmodell von Yamaha. Das Instrument mit jede Menge Super-Styles, mit Mega-Voice-Technology. Mega-Voice-Technology, was dazu führt, dass die Gitarren lebendiger klingen wie je zuvor. Das hören wir sofort, wenn wir hier mal mit einem Style spielen. Ich habe hier Gypsy-Pop und da hören Sie eigentlich schon gleich, wie das klingt. Was dazu? Auge alles Mega-Voice-Technology. Und da hören Sie eigentlich schon diese ganzen Neuses, was der Gitarrist an seiner Gitarre macht. Das hören wir hier im Tigros eigentlich mitspielen, weil bislang klang eine Gitarre immer so. Und jetzt kommen die ganzen Neuses dazu. Zusammen klingt das dann so. Hier habe ich zum Beispiel aus Swing & Jazz 40s Big Band. Das ist so richtig so Glen Miller. Und ich stelle nichts selbst ein, ich spiele einfach mit OTS, weil jeden Style hat sofort vier schöne Registrierungen schon mal mit dabei. Drücke hier einfach OTS und es kann losgehen. Auch wie Sie sagen, ich möchte ein bisschen Musik aus Frankreich spielen, nehme ich hier French Musette. Und auch hier stelle ich wieder nichts selbst ein. Ich nehme OTS und habe schon ein schönes Akkordeon sofort mit dabei. Mögen Sie lieber ein bisschen alte Disco-Musik spielen. Nehmen Sie hier aus R'n'B, Frank Lissot. Und da geht es schon gleich wieder an. OTS 3 gibt mir so eine richtig fiese alte Disco-Orgel. Ich muss nicht selbst einstellen, alles ist schon im Tigros einfach Standard drin. OTS 3 gibt mir auch die neue Sweet Harmonica. Spielen Sie lieber ein bisschen Musik von Shadows, das geht auch. Nämlich aus Pop & Rock, dieses Style, Sixties Guitar Pop. Alles gespielt mit OTS. Auf OTS 2 wäre in diesem Fall zum Beispiel diese Mute-Gitarre wunderbar, um so Reels zu spielen. Sie hören, es ist alles drin im Tigros. Auch hier in der Abteilung mit Movie & Show Styles. Da finde ich hier zum Beispiel Tap Dance Swing. Movie & Show. So, es kann auch richtig so ein bisschen Wild West, ein bisschen Filmmusik geben. Na, da ging es so. Da hören Sie schon, Movie & Show, da ist auch richtig was los. Dieser heißt Modern Broadway Ballad. Und da zeige ich Ihnen jetzt nur mal das Intro. Und hören Sie mal. Wie schön die Streicher spielen. Die Sweet Oboe spielt das so. Die wunderbaren Bläser. Einfach eine super Begleitung. Ist jetzt ganz klein gehalten mit Klavier. Das würde auch schön klingen hier in C-Moll. Wirklich einfach. Und jetzt nehme ich OTS 1 dazu. Da spielt die Sweet Oboe. Und da machen wir ein bisschen weitere Filmmusik. Das ist so schön. Die Streicher sind auch schön fertig registriert. Jetzt gehe ich gleich mal auf die vierte Variation. Da kriege ich richtig großes Orchester. Also Sie hören schon eine Style-Vielfalt. Die ist wirklich enorm. A Hard Day's Night und mein Instrument ist schon eingestellt. Ich kann sofort loslegen. Oder hier. Der nächste steht hier zum Beispiel. A Swinging Safari. Und mein ganzes Instrument ist schon eigentlich fertig zum Spielen. Sogar bis hier. Auf die richtige Partiestimmung. Anton aus Tirol ist natürlich auch mit dabei. Mitsingen können Sie natürlich machen, wenn Sie selbst am Tirol spielen. Sogar hier auf der Autobahn ist auch mit dabei. Und da kommt es dann richtig zum Tanz und zur Partiestimmung. Musik fein. Eine tolle Geschichte. Da habe ich alles, was ich zum Singen brauche mit dabei. Sogar richtig so schön hall. Und da nehme ich hier einen Style. Der heißt Easy Ballad. Und da hört man eigentlich schon sofort, was man damit spielen und singen kann. Sie kann zu Hause auch so richtig auf Roger Whittaker machen. Sie kann zu Hause auch so richtig auf Roger Whittaker machen. Und natürlich hier so allein singen. I was the day I found you. Nur meine Stimme mithalten. Jetzt mache ich das mit Forgo Harmony dazu. Und dann klingt das plötzlich so. I was the day I found you. Und ich habe eine zweite Stimme mit dabei. Da kann ich natürlich auch einen Style dazu nehmen. Zum Beispiel hier diese hier. Und dann einfach schön singen. Musik Musik Also das sehen Sie schon. Ich kann ganz einfach reden zwischen Chor an und Chor aus. Das können Sie sogar über Fußschalter machen. Hier habe ich auch einen Männerchor drin. Wer klingt zu? La Montana Einfach meine Stimme. Forgo Harmony dazu. La Montana Männerchor dazu. Oder hier habe ich Country Girls. So einen schönen Frauenchor. Somewhere between your heart and mine There's a window that I can see through Wenn ich hier mal so einen Männerchor nehme. Das ist mal ganz lustig. Machen wir mal mit einem Equalizer drauf. Und da habe ich hier ein Telefon-EQ. Dann klingt meine Stimme sogar noch schlechter. Da könnte man sogar Comedian-Harmonist machen. Das geht so. Die Jungs sind schon da. Und da geht es eigentlich so los. Wochenende und Sonnenschein. Wochenende und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nichts zum Glücklichsein. Wochenende und Sonnenschein. Kein Auto. Kein Auto. Kein Auto. Kein Chaussee. Kein Auto. Und niemand in unserer Leer. Die viel bald nur ich und du. Der Herr war drückt ein Auge zu. Denn er schickt uns die All-Zum-Glücklichsein. Wochenende und Sonnenschein. Mmh. Untertitelung des ZDF, 2020